Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute geht es nicht um ein Mitmachvideo, sondern um eine Verlosung. Ich bin ja unabhängige Stamping Up Demonstratorin und inzwischen habe ich 1000 verlor. Das ist doch schon ganz schön und das wollte ich mit euch feiern und deshalb möchte ich etwas verlosen. Ich zeige euch das dann mal. Das sind die beiden Gewinne. Einmal den Farbkarton in Pazifik Blau, eine komplette Packung und diese Akzente Anhänger und Federn. Damit könnt ihr etwas dekorieren, eine Karte oder eine Verpackung. Wunderschön. Noch komplett zu, auch. Und dieses könnt ihr auf dem YouTube-Kanal gewinnen, indem ihr diesen Beitrag auf meinem YouTube-Kanal liked, einen Kommentar hinzufügt und dem Kanal folgt. Dann könnt ihr die Akzente Federn gewinnen, indem ihr auf meinem Blog www.stempel.com liked, wäre nett, einen Kommentar hinzufügt und mir folgt. Den Button fürs Folgen findet ihr auf der rechten Seite auf dem Blog. Dann gibt es noch ein paar Bedingungen. Und zwar ist das Gewinnspiel nur für Teilnehmer aus Deutschland, die über 18 Jahre alt sind. Der Gewinner wird per persönlicher Nachricht von mir benachrichtigt und erklärt sich bereit, mir seine Adresse mitzuteilen. Geht natürlich nicht anders fürs Verschicken. Und das Gewinnspiel läuft bis zum 7. Januar, zum Dienstag, 20 Uhr. So, dann bleibt mir nur, euch viel Glück zu wünschen bei diesem Gewinnspiel und ich hoffe, dass wir weiterhin viel Spaß miteinander haben mit meinen Videos, mit meinen Beiträgen auf meinem Blog, auf Instagram mit meinen Beiträgen, auf viele neue Ideen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!